Herzlich willkommen zurück in meiner Küche zur wunderbaren Kürbiszeit. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Kürbispizza machen kann. Klingt vielleicht aufs erster Hör ein bisschen seltsam, aber Sie werden sehen, schmeckt ganz lecker. Ich nehme dazu den Butternut-Kürbis. Im Vergleich dazu, Sie erinnern sich vielleicht, der Hokkaido kann mit Schale gegessen werden. Den Butternut teilen wir in der Mitte auseinander und schälen ihn dann. Es ist ein sehr harter Kürbis, braucht ein bisschen Gewalt. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was das Schöne an dem Butternut-Kürbis ist. Ich schneide mal den Stiel erst ab. Sie haben nämlich hier in dem Stiel 100% Fruchtfleisch und haben auch unten im Körper auch nur hier wenig Kerne innen drinnen. Das heißt, Sie haben hier ganz viel Fruchtfleisch, das Sie auch verwenden können und dass wir in der Küche dann, wo Sie einfach schöne Würfel schneiden können, dass Sie gut weiterverarbeiten können. Gut geht es immer, wenn Sie das mit so einem Sparschäler reihum schälen. Ihr seht, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen was vorbereitet. Können wir gleich weitergehen. Das zeige ich Ihnen dann. Also Sie schälen ihn reihum. Dann kommt Ihr Kürbis so heraus. Aus dem größeren Körper unten, da kann man am besten mit einem Löffel, wenn Sie da so reingehen, kann man das Fruchtfleisch oder das weiche Fleisch mit den Kernen herausnehmen. Und auch hier sehen Sie, im Vergleich zum Hokkaido-Kürbis, haben Sie hier unheimlich viel Masse, die Sie dann auch als Kürbis weiterverarbeiten können. Ich lasse das mal zur Seite liegen. Sie haben gesehen, wie man es zerteilt. Und wir gehen mal hier weiter. Für unseren Kürbis habe ich jetzt geschält und in Spalten geschnitten. Ich schneide die Spalten jetzt in Würfel. Wir brauchen für unsere Kürbispizza noch eine Zwiebel und Knoblauch dazu. Denn wir kochen jetzt aus dem Kürbis, ähnlich wie für die Pizza Margherita, einen Sugo. Aber keinen Sugo aus Tomaten, sondern einen Sugo aus Kürbis. Das wird, wenn es geschnitten ist, am Herd angebraten, in ein bisschen Olivenöl. Und dann wird es ca. 20 Minuten gekocht oder geschmort, besser gesagt, bis der Kürbis weich ist und bis er sich aufstreichen lässt auf den Hefeteig. Wie für eine normale andere Pizza auch, bereiten wir einen Hefeteig zu. Sie können den Hefeteig selber zubereiten. 375 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, einen Würfel Hefe, etwas Olivenöl dazu und ca. 1,5 bis 1,5 Liter Wasser, je nachdem, wie viel Öl sie verwenden. Der Teig geht eine Zeit lang. Dann schlagen sie ihn noch mal kräftig durch oder kneten ihn noch mal durch, lassen ihn noch mal gehen und dann wellen wir ihn aus. Das kann alles parallel passieren. Aber jetzt kümmern wir uns mal noch um den Kürbis. Ich mache also hier noch Würfel, dann würfel ich die Zwiebeln und dann werden wir das am Herd alles anbieten. Achten Sie immer gut auf Ihre Finger. Kürbisfleisch ist hart. Das kann sein, man kann auch mal leicht ausrutschen, darum immer schön schauen, wo man schneidet und dann eben mal nicht so schön in die Kamera schauen. Auch die Zwiebeln muss nicht zu fein sein, wenn Sie eher grob schneiden. Denn das wird ja jetzt bestimmt ca. 25 Minuten am Herd auch vor sich hinschmoren. Und dann ist das alles schön weich und kann als Sugo, als Grundlage für unsere Pizza verwendet werden. So, ich gebe mal die Zwiebeln hier rein, dass wir die zum Abendbraten haben und gebe dann gleich noch den Knoblauchpresse ich gleich wieder drauf. Die Knoblauchpresse habe ich auch schon hier. Ich schneide noch den satteteilchen ab. Ich presse den Knoblauch gleich zur Zwiebeln durch. Ich hoffe, das passiert Ihnen zu Hause auch und nicht nur wir. Ich lasse mich mal liegen. Gut, dass wir noch mehr Knoblauch haben. Wir haben auch schon ohne Schale durchgepresst. Das ist jetzt aber so großer, frischer Knoblauch. Da habe ich immer das Problem, dass sich da die Schale schlecht pressen lässt. So, hier haben wir den Knoblauch drinnen. Und die Zwiebeln. Hier haben wir den Kürbis. Ein bisschen kann ich noch schneiden dazu. Das ist heute anscheinend nicht mein Tag oder Valentin, wie man so schön sagt. Und dann werden wir das Ganze anbraten. Aber erst schneide ich noch ein bisschen. Das ist so, ja, circa ein Pfund an Kürbisfleisch haben. Also 500 Gramm. Das ist für eine Pizza haben. Übrigens eignet sich dieser Sugo auch hervorragend zum Eingefrieren. Das heißt, wenn Sie so einen gelten Zentner haben, so einen Riesenkürbis. Und Sie sagen, Sie möchten da mehr machen davon. Machen Sie in den großen Topf Sugo oder auf zwei- oder dreimal. Gefrieren das portionsweise ein. So viel, wie Sie immer für eine Pizza benötigen. Sie können es dann frisch rausnehmen, auftauen lassen, auf die Pizza aufstreichen. Und dann können wir die Pizza zubereiten. Jetzt braten wir das Ganze an. Und ich nehme hier Olivenöl. Vielleicht haben Sie auch gehört, Olivenöl soll nicht erhitzt werden. Aber für kurzfristiges Anbraten können Sie es ruhig mal hernehmen. Ich nehme hier zwei Esslöffel. Gewöhnen Sie sich bitte immer an, Ihr Öl mit Löffeln abzumessen. Denn so ein Esslöffel voll Öl hat gern mal 150 Kilokalorien. Und da macht schon was aus, ob man da so aus dem Handgelenk mal drei oder vier Esslöffel reinschüttet. Oder ob man wirklich nur die zwei nimmt, die man auch braucht. Aufpassen, dass es nicht so heiß wird. Man kriegt jetzt hier Zwiebel und Knoblauch rein. Schade, dass wir keine Zupf-Videos machen. Ah, ich mach das jetzt aus. Und hören Sie mich nicht mehr. Der Knoblauch gibt gleich einen ganz tollen Geschmack ab. Aber wie gesagt, die Kunstabzugshaube müssen wir auslassen. Sonst können Sie wenig verstehen, was wir hier sagen. Ja, heute ist irgendwie der Schad des springenden Kürbises. Wenn das jetzt rundherum angebraten ist, dann gieb ich ein ganz kleines bisschen Wasser an, damit es mir nicht anbrennt. Gebt mir den Deckel drauf und lasst es weich dünsten. Es ist natürlich immer abhängig davon, wie lange es dünsten muss oder braten muss, welchen Kürbis zu verwenden und wie klein sie ihre Würfel schneiden. Die Kürbiswürfel sollten sich am Schluss eigentlich fast zum Mousse verkocht haben, damit man sie ähnlich wie ein Kugo aufstreifen kann. Wie gesagt, ein bisschen. Jetzt haben wir hier schon überall gute Röschstoffe. Vielleicht auch noch ein bisschen Salz. Salz und Pfeffer. Erstens mal rundet es den Geschmack ab und zweitens mal zieht es auch das Wasser an sich. Das heißt, es wird auch schneller Garwasser da reinmachen oder wird weicher. So, wenn das alles so gut ist, dann schalte ich die Platte runter, den Deckel auf meinen Topf und dann wird es so circa 15, 20, 25 Minuten dauern, bis sich der Kürbis zerkocht hat. Dazwischenrein natürlich immer wieder mal umrühren, kontrollieren, dass sich auch nichts ansetzt. Eventuell noch mal ein bisschen Wasser aufgießen, damit er auch gut garen kann. Und die letzten 5 Minuten garen wir ihn dann ohne Deckel, damit möglichst viel von der Flüssigkeit verdampft und sie möglichst viel Kürbisfleisch übrig haben. So, für unsere Kürbispizza ist der Kürbissugo mittlerweile fast fertig. Ich lasse hier mal in den Topf reinschauen. Sie sehen, die Kürbisse haben sich verkocht, werden schon ganz musig und genauso wollen wir sie dann auch haben und werden sie auf unserer Pizza jetzt dann weiterverarbeiten. Unser Kürbissugo für unsere Kürbispizza ist fertig. Jetzt geht es ans Teig auswählen. Ich habe hier den Hefeteig, wie vorhin schon gesagt, 375 Gramm Mehl. Zweimal gehen lassen, dann zwischenrein wieder ruhen. Jetzt rolle ich ihn aus. Achten Sie immer drauf, dass er Ihnen nicht anklebt. Und Sie sehen, wenn er wirklich ausreichend gegangen ist, ist er auch sehr elastisch, der Teig. Und Sie können ihn in eine gute Größe auswählen. Sollten Sie mal keine Zeit haben, Ihren Pizzateig selber zu machen, spricht natürlich auch nichts dagegen, für so eine leckere Kürbispizza mal einen fertigen Pizzateig zu kaufen. So, der schaut jetzt aber schon von der Größe her ganz gut aus. Ich gebe gerne Backpapier aufs Backfleck. Dazu gebe ich Ihnen auch den Tipp, feuchten Sie Ihr Blät ein bisschen an. Dann hält Ihnen das Papiereinwand frei drauf und rollt sich nicht mehr zusammen. Jetzt müssen wir mal gucken, was da am Herd sich noch nebenbei so bewegt. Und Sie bekommen jetzt den Teig eigentlich ganz gut rüber, wenn Sie ihn halbieren und vierteln. Und dann können Sie ihn hier aufs Papier legen und jetzt wieder rüberziehen. Klatt. So. Schön in Form bringen, dass er das Papier gut ausfüllt. Dann geben wir den Kürbissug unter drauf. Darf ruhig schön dick und gleichmäßig draus sein. Es kommt ja wenig weiterer Belag nach oben drauf. Bestreichen Sie das. Und wir haben jetzt hier weiter nichts püriert, sondern es bleibt einfach so, wie es ist. Es dürfen ruhig Kürbisstückchen dabei sein. Sollten Sie es dünner mögen, wenn Sie lieber weniger Kürbis mögen, können Sie es natürlich mit weniger Kürbis auch machen. Sollten Sie von der Farbe her mehr das Dunkelorange lieben, können Sie es sehr gerne auch mit dem Hokkaido-Kürbis machen. Aber geschmacklich müssen Sie es einfach mal probieren, um sich damit anzufreunden. Sieht immer noch gewöhnungsbedürftig aus, die Pizza mit Kürbis. Aber Sie werden jetzt sehen, was wir weiter noch mit drauf tun. Es ist einfach ein ganz tolles Rezept, das richtig gut in den Herbst reinpasst und das Ihnen bestimmt auch schmecken wird. Jetzt ist Hefeteig, Kürbissugo, jetzt kommt roher Schinken drauf. Ich schneide den immer so in vier Teile meistens, dass man kleinere Stückchen hat. Verteile das gleichmäßig auf dem Sugo. Und von daher brauchen Sie auch weiter keine großen Gewürze mehr. Sie wissen ja, in dem Sugo haben wir nicht allzu viel drinnen, denn der Schinken ist ja salzig, gibt den guten salzigen Geschmack ab. Das Speckrähnchen gibt auch noch mal ein bisschen Geschmack. So verteilen wir das. Klebt ein wenig zusammen. Aber ist weiter nicht schlimm. Jetzt ein bisschen mehr Schinken drauf, wenn es zusammen klebt. Entscheidend mag es ja nicht, wenn es so sparsam ist. Ich lege noch schon die Lücken aus damit. Den Rest noch verarbeiten vom Schinken. Und ähnlich wie bei dem bekannten Saltingbocker kommt jetzt natürlich sehr gut passend zum Schinken der Salbei dazu. Ich habe hier den Salbei aus dem Garten vor Ihnen geholt und am besten können Sie ihn verteilen, wenn Sie ihn einfach so nehmen, wie er ist. Und klein schneiden. Dann hat er nämlich das wunderbare Aroma, gibt er dann auch gut frei und die Blätter verbrennen Ihnen nicht so leicht. Hier haben Sie dann diesen klein geschnittenen Salbei. Den verteilen wir jetzt hier oben drüber. Es gibt eine wahnsinnig tolle Geschmacksmischung und der Salbei mit dem Schinken schmeckt immer sehr gut. Am Schluss noch die Regener Käse oben drüber, wie bei einer herkömmlichen Pizza auch. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad. Und dann ist unsere Pizza fertig und wir sind gespannt, wie sie aus dem Ofen wieder rauskommt. Jetzt schauen wir mal, was unsere Kürbispizza macht. Der Zeit nach müsste sie nämlich fertig sein. Boah, was da für Duft rauskommt. Und wie schön unsere Kürbispizza auch ausschaut. Ich bin überzeugt, dass sie Ihnen genauso gut schmeckt wie wir. Ich werde mir jetzt gleich ein Stück schneiden und anrichten und mich drüber machen. Ihnen wünsche ich viel Freude beim Nachmachen und guten Appetit.